Ich wollte einfach nur durchspringen. Wisst du was? Komm dich wieder. Hol dir nicht fliegen, das bringt nichts. Meinst du? Oder holst du den blauen Uschi? Wieso den blauen? Kannst du immer mitfliegen, wenn du jede Schulkritte einschnappst. Ich weiß. Obwohl, eigentlich hast du ja recht. Ich weiß. Ja, leck doch mal. Das war das zweite Level, wo der blaue drin war, ne? Oh, vor... Ja, boah, was für lecks gerade. Das liegt nicht an mir. Mach mal gut, ich klicke alles aus. Ich habe verstanden, dass lecks ist ja normal, auch wenn ich nichts gelaufen habe. Ich glaube, in dem. In dem war das. Ja. Hört man schon an der schönen Musik. An der schönen Unterwasser-Musik. Isst du den Stern? Sollst du den Stern essen. Ja, ich weiß. Sag mal groß. Geht doch. Und tschüss. Schon mal rot. Kannst du gleich fliegen. Und dann einfach... Weil du einfach so dumm bist, ne? Lässt du einfach Yoshi irgendwo frei. Fick dich. Du meinst so dumm wie du. Oh yeah. Was ist das jetzt eigentlich seine Nase oder was anderes? Wurde nicht. Ist halt auch ein Bart, ne? Soll die Zuschauer auch in die Kommentare schreiben. Ne, lieber. Lass mal lieber. Skizzle mich an der Nase. Warum? Warum renne ich einfach nur? Ich wollte springen und direkt einfach weiter. Ja. Wer ist glow? Geht selig. Und wer backt wird mehlig. Ich weiß. Ja. Das musst du natürlich jetzt schaffen, ne? Zentus. Geh mal leben her. Hat aber schön geleckt. Wie ich sagen. Ich weiß. Du wirst mir nicht gerade schon immer noch. Ist aber schon ein bisschen quaze. Was für eine Kombination. Feuer ist manchmal nicht schlecht. Naja. Boi. Solltest du nicht. Manchmal ist das so ein bisschen blöd drückt und dann läuft es andersrum. Nicht so wie es soll. Jetzt bewegt dich schneller. Komm. Ja, ja, der Zentus. Mach schneller. Zentus. Schneller Zentus. Wollen heute was vom Tag haben. Schon wieder 2 Uhr. Kannst du jetzt mal bitte. Level machen? Guck schon. Halt es mal. Benni ist so blöd und weiß nicht, wie man Lasagne macht. Was? Benni ist so blöd und weiß nicht, wie man Lasagne macht. Ja. Ich sprach ja auch nicht, warum. Was zuerst kommt. Ja. Ich hätte einfach gesagt, einfach nix. Zuerst kommt erst mal ein Behälter, wo die reinkommen. Ich glaube, ich habe keine Dinge mehr zu fressen, ne? Doch, danach. Sonst muss einfach Yoshi loswerden. Tschüss. Sag ich ja. Bist du ein Sack, ne? Oh, jetzt ist es aber gefährlich. Ich bin einfach mal da drauf gelandet. Ah, du könntest es schaffen. Ja, Ende. Was passiert hier? Jetzt ist das Ende aber unten, ne? Was? Oh, nein. Darum ist das auch... Ist da vorne ein Yoshi? Hier ist kein Yoshi. Alter Schwede, nein. Entweder läufst du und versuchst zu springen. Mir ist das egal. Versuchst du einfach. Wie weit, boah, wie weit ist das denn da? Ich habe keine Ahnung. Oh, nö. Ich habe mich jetzt lieber geopfert. Man muss mit... Mit Yoshi, ja. Ist das gemein. Ne, man kann bestimmt auch mit Fliegen dahin. Ja, trotzdem ist das gemein. Jetzt muss man den ganzen Weg, weißt du? Den ganzen Weg da immer hinlatschen. Ja. Muss man nicht unten noch so ein Safe-Ding hat. Ist so verdammt gemein, aber ehrlich. Ja, ist schon wieder eine neue Folge angebrochen. Ja, wir können doch nicht mehr über Stern-Level abkürzen. Nee. Weil da fehlt noch ein Durchgang oder so. Ach man. Es fehlt da der Boss. Ja. Also das Schloss fehlt da. Ach man, ist das nervig. Ja. Jetzt werde ich aber... Ne, ich nehme nur Fliegen mit. Ich glaube, wenn ich mit Yoshi da langgehe, wird das sowieso nichts. So, geht doch einfach. Das habt ihr gesehen. Ja, ich nehme jetzt nicht den Blauen. Du musst nur rechtzeitig landen und an den neuen schon holen. Sonst hast du die Arschkarte wieder. So wie ich eben. Ja. Ich habe jetzt zweimal Fliegen im Petto. Das sollte eigentlich ganz gut reichen. Hoffe ich mal. Wie ich mich kenne, stütze ich eh ab. Können wieder zurückklatschen. Weil ich noch nicht mal dahin komme. Weil ich einfach wieder zu schnell fliege damit. Nee, das erste hält dich doch eine Röhre auf. Wenn du einmal durchs... fliegst. Du darfst nur nicht nach vorne drücken, dass du runterfliegst. Nee, ich fliege nicht durch. Ich hüpfe ganz normal durchs Level. Schaffe ich nicht. Ich fliegen kann ich sowieso nicht mit dem Mario hier. Weil du schlecht bist. Das habe ich bis heute noch nicht gecheckt. Wo wirst du das nicht? Na, dann muss ich an irgendein Opferlevel gehen. Ich halte mich ganz in Ruhe auf hier. Ja, mach das mal. Du bist scheiße. Siehst du? Fängt ja schon super an. Ja. Du bist so scheiße. Du weißt noch, wo einer gesagt hat. Ja, das schafft man 10 Minuten durch. Was? Das Spiel. Sicher. Ich kann auch rollhacken. Anstatt darum zu warten, bis der andere kommt, ne? Ne. Habe ich auch erst gedacht, aber... Wäre einfacher eigentlich gewesen. Ich bin ruhig, ich werde gerade reden. Ach, komm, was ist mit los mit dir da oben? Kannst du gucken. Ich glaube, das geht nämlich nicht wirklich. Außer so. Oh, was mache ich eigentlich? Ich will eigentlich das haben. Darum ist der Block da auch, ne? Ja. So, jetzt ist die Sache... Springe ich jetzt über die Schildkröder nicht? Ja, würde ich machen. So. Vorsicht, die andere Schildkröte kommen da gleich. Na, komm her. Erstmal flatt machen. Ne, man tschüss. So, jetzt die Frage, muss ich jetzt durchrennen? Ist das jetzt am Ende oder nicht? Oder muss ich ihn hinter das Ziel? Musst du gucken. Äh. Fickse ich gleich hoch rein. Ernsthaft. Was ist hier noch weggekommen? Die wird wieder da sein, ja. Ich wusste es. Tschüss. Alter, was ist mit dir denn falsch? Hier. So, kommen die jetzt wieder oder nicht? Wo kommst du denn immer wieder? Weil du behindertest, deswegen. Jetzt kommt er wieder. Ah. Mach das einfach so. Ich zieh zurück, zieh. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Da haben wir jetzt mal das Ziel. Ja, ich hab hier sowieso mit dem Fliegen nicht. Ich weiß ja zumindest, wo dahin muss. Ja, aber ich glaube, so schaffe ich das nicht. Warum hast du auch, holst du den Pilz und wenn du da durch hast, ist ja das Fliegen in der Mitte. Komm da eh nicht an. Und so gut wie ich bin. Hast recht. Oh, ist das Level nervig. Warum? Das hat mich sowieso schon angekürzt mit dem Mistviech da unten. Warum haben wir so eine Kotzlevel? Oh Mann ey. Dass doch diese Kotzlevel mal als letztes kommen müssen. Ja, ja. Ach komm, nimm doch kein Pilz auf dich zu. Why not? Ist doch klar. Ich will kein Pilz mehr. Soll ich den Pilz nehmen? Bin ja schon blau genug. Ach, warum hab ich eigentlich mein Talent, je dreimal fahren zu müssen. Weiß ich nicht.